nein komm schon alter ich habe jetzt eine halbe stunde gebraucht um das ganze arg zu starten die ganzen spinos stehen hier im weg kommen wir nicht mehr durch wieso kommt man da jetzt nicht mehr rein also hoch hast du echt kacke gesetzt ja nein deswegen wollte ich ausweich treppe bauen aber ich habe die versetzte doch mal kommt hoch das das geht ja mal richtig kacke hier was hat gerade auf den säbelzahn so ein 1000 füßladen gespuckt und hat erstmal mit der rüstung zerlegt ja das ist ja normal ist normal dafür sind sie ja ja davon bräuchten wir vielleicht noch ein paar viel spaß beim zählen das kriegst du nur mit dieser komischen paste da wir sollten mal die spinos die am rand stehen vielleicht hier auf passiv verheifen ich habe noch ganz viel leder wo kommt das rein wie der nichts mit ich glaube leder haben wir erst mal alles voller rüstung hier ja wo kann ich denn meine mal reparieren wenn ihr die nur gemacht wenn ihr die news level die hier so rum stehen aber auch für alle auf leben wo kann ich denn meine mal reparieren in der anderen smithi oder ich glaube nur hier sind dafür ressourcen drinne ja das ist schlecht weil der ist voll hier ist kein fiber drin dann nehme ich mir mal im fiber er hat dann da schon wieder das fiber geklaut war es nicht steige ab steige ab steige ab wo bist du denn vom strand unten da hinten rennt da da hinten rennt da die die dinos gehen hinterher woher rennt er hin wo sei es bevor denn na zum von unserer base gerade aus weg zum festland ja wo der hat eine panzer verhaust sie niemanden rennt wieder hin zum festland an der spitze oder wo ist ja ja ist nicht erstrecken ich bin hinter dir ich sehe keinen ist runter zum strand wo hat hast du eine bola geschmissen wo der ist hinter mir ja ich weiß nicht bist du hin ich hab dich nicht ich hab dich irgendwo verloren wir sehen dich nicht ab da gesagt gerade von der base aus ja das sind immer komische bezeichnung von der base raus und geradeaus der ist bei terminatoren kann das sein da hinten was weiß ich nicht der terminator ex terminator ich bin mit der sniper in gut eingesteckt wo ist er hin da irgendwo versteckt er sich da hä wo rennt's denn du jetzt hin ach so nicht der ist bei dem bei dem ankylo wo ist denn der ankylo wer ist auf dem kanu der frosch siehst du ihn der frosch ist tot das bin ich das bin ich mit dem kanu der ist jetzt auf dem salvertooth lol ich sehe den der ist hier an der mauer was warte noch einer ist der tot was wow nicht runterfallen der ist ausgelockt wer denn oder disconnect halt das bescheuert ah der hat voll viel zeug dabei take all er ist wahrscheinlich disconnected versehentlich also versehentlich versehentlich ja ups oh der hat ein raketenwerfer kanu vorsicht oh was ich versuche ihn zu snipern ja hier wer ist denn mit unserem kanu unterwegs ich bin das ja der ist der hat einen raketenwerfer ausgepackt pass auf da ist noch einer oder was ja da ist noch einer auf einer kleinen insel ich schieße schon auf ihn was für eine kleine insel ähm vorne wir haben ja diese zwei kleinen mini inseln vorne chris schmeiß mir mal ein bisschen snipe my money raus bitte bin hinter dir kannst du den snipe an ja 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 ich habe schon zweimal getroffen aber der hat mir nämlich meinen helm runter geschossen ich sehe ihn nicht mehr ist wahrscheinlich ins wasser gesprungen oder so wie viel holz brauchen wir denn wo bist du denn jetzt danke bin im Wasser immer noch ja wo ist der denn ähm den den ich meine der ist vorne direkt bei unserer ja ich habe das aber aufgenommen bei unserer base vorne wenn du reinkommst in diese bucht da hast du ja diese zwei kleinen mini inseln diese steininseln da ist ja auch einer drauf gewesen und von uns aus gesehen der rechte ne ich sehe ihn jetzt nicht mehr die rechte seite wo die base wo wir die base weggemacht haben äh ist jemand bei terminatoren gerade auf dem fluss ja ich hier auf dem fluss ja ja der ist da jetzt und von da aus wo und von da aus auf der rechten insel war auf der mini insel auf der steininsel da äh ich komme jetzt mit dem säbelzahn zurück ne bitte nicht auf mich schießen ja da ist er wieder oder wer ist das bin ich achso ok siehst du ihn irgendwie guck mal ne der ist wahrscheinlich getaucht der ist irgendwo unter wasser aber der kann ja nicht lange unter wasser bleiben du hast halt ne flasche dabei warst du gerade an der base vorbeist chris ja äh wer läuft da gerade ach das ist einer von uns oder ja ja ich bin jetzt bei chris du bist am kanu ja ich bin am kanu aber du sitzt nicht auf dem kanu äh da ist er ähm links an der nach wie heißt das hier am vorsprung ja da wo wir gelandet sind ja da ist er mit dem saver zu wo ist er denn direkt bei den ganzen ne das ist unser das ist unser das ist Slash achso ich sag doch ich bin hier auf dem rückweg ist abgehauen er hat angst seid ihr gerade bei terminatorn ja ne drei stück ja ok bist du da auf dem kanu bin ich das bin ich ich geh von aus dass er wieder ans ufer geschwommen ist äh im dödigen Sinn ist holz wenn jemand braucht macht mich nicht wahnsinnig kampfschwein galaktiker level 59 sehr schön so muss mal gucken ich muss meine fabricated steht da gerade was ersetzt eingerissen wie auch immer ja hat irgendjemand wegen dem sound ne mhm ja naja nicht dass hier raketenwerfer der weifer wurde eingesperrt ich glaube dann hätten wir das gemerkt wir haben gar kein polymer mehr 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 ja polymer mehr mehr was ist mit den torrets wollen wir die nicht mal aufstellen oder sind torrets da arbeite ich gerade dran ok super dann sage ich gar nichts mehr aber das ist der elektronik genau was brauchen wir denn jetzt noch am meisten von material war metall immer noch ok pasta und steine also steine und schittin haben steine und schittin was denn nur jetzt metall schittin oder steine oder alles alles ich hab da schon so viel schittin reingeschafft ich war jetzt zwei runden mit dem monkey draußen ja schau in die zwei dings in die zwei grinder rein die dafür da vorgesehen sind ach wir haben doch hier teleporter was mach ich denn hier für ein quatsch ich hab doch heute schon 30 schittin besorgt setzen die nein kann ich nicht die will nicht dann reiße ab und setze noch dann hol du bitte noch mehr ja bin ja schon unterwegs was äh chittin auch ich kann dich auch machen ich kann dich auch machen ich kann dich auch machen chittin ist denn hier draußen noch eisen irgendwo oder ist schon alles abgebaut schlecht aus ich hab schon vorhin gerade alles entfernt du warst mega fleißig so nein er hat mit dödi alles eisen abgeholzt nein hab ich nicht mit der spitzhacke ach der hat steine abgebaut ok schauen wir mal wie viel ich da aus einem eisen rauskriege dann mal kurz eine rauchen bis gleich über 2000 2300 2500 2700 3000 ja ich hab mal ein kilo jetzt 3000 rausgekriegt 3000 3000 und ein paar zerquetschte mit deiner spitzhacke hast du nur 1500 rausgekriegt sagst du boah ich war halt draußen hab ich halt gleich mit also hast du jetzt die hälfte der eisen vorkommen verschwendet ach die kommen ja gleich wieder ich will ja nicht sagen aber vielleicht haben die hier auch irgendwo ein Stargate der hat doch einen Remoter dabei der hat doch jeder ja Remoter hat jeder dabei kostet ja nichts kostet ja gar nichts kostet ja gar nichts kostet ja gar nichts vielleicht hat er jetzt ja kostet ja nur 142 Euro so an kühle kommst du hier hoch oder ja gut prässt du hin so äh ja ich werde heute bauen äh noch ein zwei Turret-Häuschen hier habe ich schon mal angefangen ähm dann hatte ich aber die Aufnahme noch nicht an deswegen äh ja stehen die hier und dann mache ich jetzt weiter und die anderen ja holen alles mögliche so das Item kenne ich gar nicht hm ja kannst du mal sehen so Lupus wie dem brauchst du ja schon da mein Gott diese Hätze ja was macht denn ich hier drin hier was umsonst ja was denn Darts warum werden jetzt hier Metallstrukturen und Ceilings gebaut ich wollte mir gerade Darts bauen dreihalig anderes Miffi anderes Miffi ja dann muss ich die jetzt wieder runternehmen hier äh Outlets genau Metall und Reifel wer klaut jetzt hier meine Ceilings äh der der sie entsetzen geht aber 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 ich hab keine Ceilings äh egal hab ich nicht ich hab die naja wolltest du auf mich schieben ja ne nein will ich die machen so ich brauch jetzt den oh nö oh jetzt in der Journeyman Chitin Rüstung äh jo die hatte der eine Typ den ich gerade gekillt hatte vorhin oder vis-a-vis weiß gerade gar nicht wer von uns beiden wir haben beide drauf geschossen die hat weniger als meine blaue das war ich aber egal Stargate berg unten ist safe oder? ähm bringt nix eh ja soweit schon ja wir hatten vorhin keine Probleme klau ich das jetzt einfach dem Generator hier was ist das hier? sei ich schlauer gewesen hätten wir bei dem Generator wir auch nochmal Wände drum gemacht obwohl es auch egal man sieht Kabel kaputt ging nicht so er steht so 70 Generator auch aber noch mindestens 30 so äh wir haben jetzt wieder 14.000 Chitin ne? jo nice wie? dafür keine Steine mehr dafür keine Steine mehr super also 12 sind schon sind noch da steine na was denn hier ey Gogo den Spino hast du noch hier gelassen? keiner freut sich ja der Spino steht draußen das ist keiner sagt Steine Rest regelt Spino ich hoffe doch das ist unsere kleine Spino Armee hier ich meine da ich mit da hochkomme wo hochkomme auf mein Tyre weil ich keine Leiter ranmache achso mach doch ne Holzleiter ran wenn drauf geschossen wird fällt sie eh ab ja aber brauche ich das lol wer ist denn da mit dem Spino unterwegs? wie links? alter 92er Ankylo hier vis-a-vis ist mit einem Spino unterwegs was? ne ne man findet immer was man nicht hallo meine ich doch nein wie viele Arts? überlege ich gerade was brauche ich noch Artefaktor ist doch 7 verteilt oder? oder 8? nee es müssen jetzt 8 sein oder? 8 Stück ja ach deutsche Bahn hat jetzt endlich 1 bekommen Chris-Seller-Frage soll mal kurz gucken wie viele sie aufgestellt haben alter ja damit sie ob sie es schon sich einfach verbunkern können nur für die Zuschauer weil hier Godmode und Finite ist ich hab hier seht das ja ein Artefakt nochmal überreicht nur damit hier nicht wieder irgendwelche Kommentare kommen von wegen der ganze Server hat's gesehen von daher hab das? nein und Lubus wo bist du gerade unterwegs? ich bin bei Stark Industries am Strand unterwegs ach da was machst du denn da schönes? Trito Biteskill Spino ist echt kacke da hast du'n T-Rex besser was uns absteigen angeht das geht mit dem Spino das hätte ich gleich machen sollen geht sehr viel besser mit dem Spino ich hab 6000 Spino was ist da hinten? das ist ein Spino ein Spino Frank brauchst du jetzt noch was zum Komplettieren? 36 weißt du nicht? die Decken muss ich gleich gucken wie weit ich jetzt kommt? du hast aber Chris welche gelassen oder? Chris hatte Feuer rausgenommen ja war so frei ich hab nur keine Wände für das zweite Häuschen dieser Spino geht mir um den Sack kann es sein dass das ein Spieler Spino gewesen ist? ich hab dir grad 17 hergestellt ja danke geh nach unten und setz in die Zwischendecke einfach ein Dings rein sag doch noch was in den Mund Entschuldigung ab 5 Kilo wird's undeutlich haben wir noch irgendwelche sinnlosen Foundations die wir eh nicht brauchen? Sinnlose Foundations? na Stein oder Wood oder so hab wir alle weggeschmissen weil wir sollten mal hier die Baum Spawns noch verhindern können die sich nämlich hinter verstecken da muss man alles mit bedenken was hier von der Base oder was? wir haben noch ein Metalldecken vor der Base ja Metall Fundamente nimm die aber ja die die wir jetzt haben da sind sowieso über sind eh zu viel gecraftet wir sind mit der Base durch kann ich ja noch mehr bauen nein die Metall von der Chris Jo wir schaffen das ach kacke ich wollt doch hier gar ach man oh 108er Sabre geh mal weg geh mal weg vielleicht komm ich da an die Mauer 108er Sabre aber hier ist ein Rex überlebt gar nicht verdammt reiß doch einfach die untere Wand ab Sabre du musst überleben Level 108 aber da muss ich ja eine neue ich hab doch keine Wände hab ich dir doch eben 17 Stück gecraftet es ist zu ist der dumm oder was? der Spino greift jetzt auch noch einen jetzt hab ich ihn versehentlich getötet scheiße ja der Spino greift hier 1000 Tiere an weil es hat gar keine Chance Viper du was hast du jetzt zu tun? ich hab nichts wieso? kannst du die noch mit Munition befüllen? das wäre sehr schick wen geht man jetzt noch raiden? das können wir doch noch eine Rakete reinjagen da weil es vorhin nicht geklappt hat eine wir hätten mal so ein paar mehr Raketen könnten gehen ja weil es halt vorhin nicht geklappt hat würde ich das jetzt nochmal in Angriff nehmen aber jetzt haben die mittlerweile bestimmt schon Tyrells das heißt wir müssen irgendwas zum tanken mitnehmen ich hab mal deine Wand ersetzt ja danke aber erst brauchst du noch deinen Tyrell Toys hin fertig das zweite jo jetzt muss ich nur mal gucken du stellst dir dann auch ein, wa? auf was machen wir die auf mittlere Distanz oder? alle auf mittel eins lass sie auf low range ich wäre ja auch grad an der Höhle wieder soll ich Chitin nochmal farmen? also ich hab schon wieder 13.000 Chitin dabei ja also scheiß Nebel jetzt seh ich im Wasser nix mehr ah es ist extrem dunkel gerade äh nebelig es ist ja das gleiche auch dunkel oder Nebel 1,12 brauch ich haha so was hab ich das hab ich Decke hab ich Foundations brauch ich noch ne hab ich soll ich Raptor Level 84 mitnehmen? wie viel Gasoline hast du jetzt da reingepackt? 100 boah reicht so dann bauen wir das zweite auch noch chris aber nicht zu schnell ne? ja geh mal kurz zur Seite bitte haha ja verarsch mich noch indem du den Moonwalk machst ich hab das genau gesehen haha ach ne das ja das ist das Ghostman ja haha Tyrants sind noch aus was da los? da schleift's haha irgendjemand hat gesagt er braucht erstmal dringend vorher noch Muni wie was? mhm oh er wird gleich aus dem Drive fliegen wieso wär der hä? ja du hast gesagt ich soll deine erstmal bestücken naja deswegen frage ich ja warum die noch nicht bestückt sind haha ach so wieso jetzt ja haha haha vielleicht dass die nicht zu viel ja bei deiner Geschwindigkeit war ich mir nicht sicher ob du überhaupt die schon gestellt hast die halt nicht stelle ich mir am besten mal hin die kommen immer von da na ich stell die hier hin da 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 jetzt den zweiten Generator überhaupt mit ja zum Glück hier rum faucht hier ja Leute wir brauchen Steine schon wieder immer noch ja immer noch ey ich hab doch vorhin keine Ahnung ich auch 50.000 mitgebracht das meine ich ähm wo stellten ihr die wo packten ihr die alle rein? Grinder ja in welchen? links ja mehrere rechts ja soll ich euch mal sagen wo ihr die reinpackt in den Grinder wo wir Flint herstellen rechts ja Flint ich dachte Cementing Paste ja nein Cementing Paste ist der eine überm Eingang gleich links gleich links und der andere steht neben dem Fabricator und da steht auch da liegt auch äh das Chitin dafür drin alle 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 sind aus die auch die 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 in